Und das ist die kleine Hera. Sie ist das Schwesterchen von Maggie und Daphne. Und wie leider öfters in Griechenland hat eine alte Dame ihre Hunde nicht sterilisieren lassen. Und dabei heraus kamen Hera, Daphne und Maggie. Sie haben jetzt bei Aliki Unterschlupf gefunden und wünschen sich sehr ihre eigene Familie in Deutschland. Hera wird nicht allzu groß werden. Wie groß genau, können wir schwer sagen, aber wir vermuten, dass sie ziemlich klein bleiben wird. Und sie ist ein ganz putziges, zierliches Wesen und hat einen ganz, ganz lieben Charakter. Das erkennt man wirklich sofort. Sie ist ganz zart und liebevoll. Und ich denke, da sollte sich schnell eine passende Familie für sie finden. Wenn ihr euch für sie interessiert, meldet euch bei Tierfunde Griechenland. Bis dahin, viele Grüße von eurer Hera.